so hallo zusammen wieder willkommen auf meinem kanal heute wie ihr vielleicht schon erkennen könnt mit einer ps5 ich habe sie mir als defekt gekauft ich wollte schon lange eine ps5 spiele aber sehr wenig aber auch sehr wenig zeit dafür deswegen habe mir gedacht kaufen wir noch die defekte und versucht sie zu reparieren und ein bisschen geld zu sparen ich habe sie als defekt gekauft die ports sind in ordnung wurde gesagt das einzige problem ist dass sie sich ausschaltet nach einer gewissen zeit warum wird sie sich wohl ausschalten weil hier irgendjemand mit gewalt versucht hat das lüftergitter zu entfernen ich habe dafür 145 euro gezahlt eigentlich ein ganz guter preis muss ich sagen und so wie es aussieht scheint nur der lüfter kaputt zu sein ihr seht ich versuche hier einmal zu drehen es geht sehr schwer und es quietscht bleibt sofort stehen vermutlich durch das aufheben hier ist das lager des lüfters kaputt gegangen der besitzer hat mir gesagt sie wurde noch nie geöffnet das ist doch gut so und richtig so das siegel ist noch intakt er wollte wie gesagt den lüfter reinigen und hat nicht das richtige werkzeug nicht die richtigen bits gehabt die bits mit dem loch in der mitte und konnte dann nicht öffnen wir versuchen es wäre bereits mal wir bauen mal den alten lüfter aus den zweiten deckel hatte mir auch mitgeschickt der sieht auch okay aus und warum einen neuen lüfter ein ich habe schon einen gebrauchten lüfter bei ebay gekauft vorsorglich weil ich schon gesehen hatte dass sie kaputt ist und dann schauen wir mal vorher testen wir sie aber noch mal ob sie auch wirklich funktioniert wie beschrieben dazu stecken wir einmal an und wir starten sie mal ich zeige euch mal ganz kurz dass sie auch wirklich boot hat okay radimi kabel ist dran wir schalten sie mal ein und wir sehen sie wird blau schauen wir mal auch ein bild kommt der lüfter dreht sich nicht also man hört nichts ich kann ihn mal ein bisschen anschieben aber es passiert gar nichts und wir haben wie versprochen gott sei dank ein bild das heißt wenn wir glück haben ist das wirklich nur der lüfter und dann wäre es vom preis her ein echter schnäppchen gewesen 145 euro für den neuen lüfter inklusive versand also als ein gebrauchter ps5 lüfter der ausgebaut wurde habe ich 16 euro gezahlt von daher wäre das ein doch recht guter deal gewesen aber wir schauen mal ob ihr lüfter getauscht kriegen und zuschauen noch mehr kaputt ist lüfter schutzgitter habe ich auch gleich mitgekauft das war dabei dann können wir das auch gleich wieder sauber austauschen okay wir zerlegen es mal wir bauen wir den lüfter raus und bauen mal den neuen rein und dann schauen wir mal weiter zerlegen wir mal das teil das problem ist ich jetzt gerade schon erwähnt vom vorbesitzer schätze ich mal dass er keinen torx mit loch hatte ich zeige es ganz kurz braucht einen torx mit einem loch und sieht so ein bisschen einen t8 hier mit 7 das müssen klein aber funktioniert trotzdem damit kriegt er dann auch den fit in die schraube gesteckt und er passt wieder auf es sind hier vier schrauben lüfter und alle vier sind unterschiedlich lang beziehungsweise ich glaube es sind drei verschiedene schrauben das heißt merkt euch bitte die position welche schraube wo was war so ok ich nehme jetzt mal den alten lüfter raus ich muss hier dieses cover hier abnehmen und dann kriegen wir den alten raus bis ins bis ins bis ins bis ins ok jetzt gesehen hier einfach ziehen dann geht das ding raus mit weniger leicht ich habe auch mal noch mal das kann man mir angeguckt also da muss jemand schon wirklich massiv gewalt angewendet haben das so zu verbiegen das ist schon relativ fest und um das so zu zerstören und zu zerbiegen ich weiß nicht was leute mit ihren konsolen anstellen aber ich zeige euch nachher noch am schluss wenn ihr dran bleibt noch mal ganz kurz die konsolen die controller die ich mit liefert bekommen habe zu dieser psp dann versteht ihr vielleicht was das für ein typ war dem diese psp gehört hat wenn ich euch am schluss die controller zeige also bleibt ruhig dran ok der lüfter ist jetzt noch vier schrauben sind raus hier zeige ich noch mal die vier verschiedene drei verschiedene schrauben also wichtig nicht vertauschen und jetzt kommt das allerwichtigste man sieht bei psp reparatur videos so oft dass jemand diesen weißen connector hier abreißt ausreißt hat hier einen weißen connector der in einem anderen weißen pcb connector auf dem bord verlötet ist erscheint ziemlich schwachstelle zu sein weil so viele von den dingen abgerissen sind in videos dass ich mir nicht vorstellen kann dass alle möglichen leute hier etwas falsch machen deswegen vorsichtig sein zeit lassen nehmt euch plastik hilfsmittel wackelt leicht daran und nehmt ihn ganz vorsichtig raus nicht einfach dran ziehen wie die verrückten und schon gar nicht mit einer zange das äußere weise hier mal trittieren wenn ihr den abreißt dann wird es hässlich dann müsst ihr die komplette konsole zerlegen und versuchen den wieder anzulöten also am besten wenn ihr zieht das äußere gegen drücken das gar nicht so viel zug an das eigentliche teil kommt so ok erst raus jetzt können wir mal den ganzen lüfter rausnehmen in besten falle und da ist das gute teil man sieht es jetzt auch wie verbogen er ist ihr seht es hier der spalt also hat hier schon massiv gewalt angewendet so sollte es sein und hier in der seite ihr seht ihr diesen spalt hier den hier so sollte es nicht auch schön dezent hässlich ok das ding ist eigentlich reif für den schwott jetzt schauen wir mal rein er hat gesagt er wollte sie sauber machen schadet nicht sie sauber zu machen weil ich werde sie jetzt mal aussaugen und dann bauen wir den neuen lüfter ein gut ich denke mal fürs erste soll das reichen ich habe sie jetzt so relativ kompliziert ausgesaugt um das siegel intakt zu lassen ich wollte jetzt ungern das siegel brechen weil das doch immer einen gewissen wertverlust mit sich bringt und ich werde es jetzt mal so versuchen das ist schon deutlich besser geworden dass vorher die großen staubfluss sind raus der kühlkörper ist wieder frei ich teste sie jetzt mal ob sie so läuft oder nicht wenn sie wirklich sehr laut sein sollte muss muss man sich halt mal komplett komplett zu legen mal gucken wie das liquid metal verteilt ist ob da irgendwas transport vielleicht verlaufen ist oder sonst was aber ja wir wollen ja eigentlich erst mal die lüfter tauschen und das machen jetzt auch mal jedes paket beim ersatz lüfter dass ich gekommen habe das machen jetzt mal auf sollte eigentlich laut beschreibung der gleiche lüfter sein aus einer ausgeschlachtet vermutlich nicht genau der gleiche wir sind schon ein bisschen optisch ein bisschen unterschied heißt aber nicht dass es keine original lüfter ist ich glaube sogar keine ahnung ich glaube sony hat das sicherlich auf verschiedene chargen verbaut ein paar verein bautechnisch sieht er ein bisschen anders aus aber ansonsten passt auch dass der alte den leck mal weg und jetzt ich habe das kabel sollte man nicht tun der schon deutlich smoother läuft als der alte dann setzen wir jetzt mal rein und dann testen wir mal läuft okay bevor ich jetzt das label cover hier wieder drauf klebe habe gedacht test ich mal ganz kurz ob der lüfter sich sauber dreht strom habe ich angesteckt wir schalten sie mal ein und schauen mal ob der lüfter das drehen anfängt blaues licht und der lüfter läuft sie gut hat und der lüfter läuft ich denke ihr seht es er läuft sehr gut er läuft sehr sauber jetzt habt ihr gehört dass er läuft sehr sauber und flüssig sie wird weiß das heißt sie ist an und sie wird gekühlt ich habe jetzt nur die hoffnung der besitzer vor besitzer zeit gemeint er hat es öfter laufen lassen sich immer wieder ausgegangen gegen überhitzung dass nichts wirklich hardware mäßig kaputt gegangen ist aber es wird sich dann erst zeigen wenn ich ein bisschen damit gespielt habe ob im prinzipiell alles in ordnung ist okay ich mache jetzt noch das label drauf dann mache ich noch hier das ding drauf dann mache ich das cover drauf und dann ist sie fertig dann gibt es noch mal kurz abschluss fazit und die versprochenen kontrolle zeige ich euch noch ok soll die wieder funktionieren ich werde jetzt danach wenn das video fertig ist noch ein bisschen sauber machen einmal kurz wird diese von 0 darüber gehen die flecken das hinweg machen aber ansonsten sieht sie doch eigentlich sehr gut aus die schraube für den fußrunden muss ich noch erneuern da war der fuß dabei aber keine schraube ok was ich noch versprochen hatte ich sollte euch noch die kontrolle zeigen und die dass jemand das lüftergitter so reparieren wollte wenn seine controller der ps 5 so aussehen ich habe keine ahnung aber damit noch gespielt hat oder nicht aber naja ich weiß nicht wie viel gewalt man braucht das controller so aussehen aber ok kein problem für mich mein erster ps5 ich habe mir gleich noch einen neuen controller dazu gekauft beziehungsweise ebenfalls an den defekten mit stickdrift der hat hier eine stickdrift den werde ich auch noch reparieren in einem weiteren video und dann habe ich hoffentlich eine funktionierende ps5 und einen controller für unter deutlich unter 200 euro ok ich hoffe es hat euch gefallen lasst mir gerne einen daumen da lasst mir gerne like da lasst mir gerne einen kommentar da ich lese jeden kommentar ich beantworte den kommentar und ich freue mich sehr über jeden über jedes abo ihr hilft mir dabei sehr gerne wenn es euch extrem gut gefallen hat vielen dank alle die mir super sex verlassen freut mich wirklich sehr vielen dank und bis zum nächsten mal danke